Kanal. Diesmal spielen wir mit zwei besonderen Mädchen Kappa, aber einfach mit Sophie und Helena. Was geht? Und wir spielen einfach ohne Fadenkreuz, wie im Titel gesagt. Wir spielen einfach ohne Fadenkreuz und ich hoffe, jeder spielt auch ohne Fadenkreuz. Ich hoffe, ihr sieht auch mein Stream und, ja. Ja, er streamt. Also alles ist im grünen Bereich, nur dass ich keine Waffe kriege. Und dass ich ohne Fadenkreuz spiele. Was möcht ich machen? Lass gleich mal normale Runden zocken. Wenn ich dich jetzt im Stream Hops nehme, dann ist deine Ehre genommen. Hey, wie die Streams meinten. Nein, im Stream, wenn ich den jetzt im Stream Hops nehme, dann ist deine Ehre genommen. Nein. Warum sollte? Mein Spiel ist gerade verpackt. Ich falle jetzt nochmal kreativ und komme nochmal rein, weil ich sehe gerade im Stream von Luca, dass, ähm, das Kinder, das ist bei mir, aber mir ist ein anderer Banner. Hey, bei mir ist streamt Luca nicht. Luca Henne ist sogar. Ja. Luca Henne hat ein grünes Profil. Äh, nichts grün, sondern... Mila. Ja. Ja. Gerne. Ich hab wieder da keine Sachen. Ich muss nach oben scrollen. Ja, ich scroll die ganze Zeit nach oben. Scroll die ganze Zeit nach oben. Ohne Pate könnte ich so abpacken. Alter. Ihr seid ja alle in meiner Pelle, man. Oha, aber ich hab dir schon einen Laser gegeben, oder? Na gut, ein bisschen Laser. Ey, du siehst aber im Stream, oder? Dass ich, äh, ohne Fun-Code spiele. Warte, ich muss gucken. Ich seh grad, wie du mini-trainst. Oha, ich seh. Oha, ich seh. Aber oha. Du bist voll Baba, dafür dass du heute vor dem Kopf spielst. Ah! Oh mein Gott! Das ist so viel! Geh mal weg! Ja, Siri ist mir angegangen. Oha, Siri. Holzbindel zu bekommen, das ist einfach. Nein, das ist doch! Das wäre immer noch meine. Ich kann kein Deutsch mehr, ich schwöre es euch. Ähm. Doch, ich streame in Luga. Ich hab jetzt. Hat jemand was in meine Kommentare? Moin. Sophie hat doch Moin in die Kommentare geschrieben. Ja. Ey, jetzt nie mal. Ich will team nicht. Ah! Bitte helfen Sie mich mit ihm gepackt. Ich hab dir geholfen. Bitte lass mich noch nachladen. Ne, nachladen. Ah ja. Lala, nachladen. Na, nachladen. Ich kenne kein Deutsch. Du hast... Ey, reflexe einfach mal. Du hast vielen Chat-Nachrichten bekommen. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, du bist voll krass. Hallo. Aha. Jetzt fünf Nachrichten. Oh mein Gott. Aha. Ich hab keine... Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, okay. Ich will dich holen. Ja, okay. Gönn mir Loot. Weil ich hab nix. Ehrenfrau an der Stelle. Hm. Hä? Ah, nee. Das war bei Dings. Bei Vermoddet. Hab war ich Moderater im Stream. Ich bin Moderater im Stream. Bäh. Heldin, mach mal den Stream leiser. Ist so. Ja, komm, jetzt hab ich gerade leiser gemacht. Oha, Digga. Das fühlt sich so cool an. Weil ich... Erinnern und ich haben, äh... So, am Geburtstag haben wir ein richtig gutes Headset bekommen. Digga, da stand Fortnite drauf. Da stand einfach mal Fortnite drauf auf dem WZ. Ja, ich wollte bei Plätzen landen, aber bin bei der Schule gelandet. Ist so. Wenn man morgens noch zu alt im Shop gucken möchte, wo man das Höttspieler ist, und ich dann so denke, ha, shit, ich muss zu spielen. Aber ganz kurz. Aua. Ja, GG. Bisschen Popcorn essen. Äh, Eier. Meine ganze Popcorn-Tüte ist runtergefallen. Ich hab keinen Mund. Ich hab keinen Mund. Sophie, darf ich bitte dich ablesen. Sophie, hallo, ich hab gar nichts. Lass mich auflesen. Du schießt mich ja nur an, lass es lassen. Okay, 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 ich lasse dich. Gib mir Pump, Moni. Ich kann nur fünfmal schießen. Warte. Okay, jetzt lass mich kurz zielen. Lass mich hier. Du Bot. Okay. Warte, bitte, warte. Okay, Helena. Ich lass dich nicht mehr umlesen lassen. Hä? Wer ist das? Ich bin Harry Potter. Digga, du warst grad bei mir zweimal da. Aber ganz gewaltig. Ich. Wen lässt du für dich spielen, Sophie? Ich bin das. Hacker. Sophie is a hacker. Ich bin kein Hacker. Ich bin nur besser geworden. Oh, der tat weh. Ich hab ins... Ja, aber wenn ich gewinne, guck ich im Stream hinterher. Ja, ich hab Sachen. Ey, Luca. Ja. Ich möchte gleich eins gegen eins gegen irgendwas bei 마지막em Greslang machen. Also, nicht können, bitte nicht können. Ja, okay. american's third. Ja. Aber ganz gewaltig. Warte. Ehi. Ganz gewaltig. ok jetzt habe ich mir endlich meine hände waschen gehen ok hände waschen hände waschen muss ein jedes kind und jetzt sind die hände sauber ja auch leider ist kein controller da jetzt müssen wir den controller schütteln 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 das wird dann schon mal nicht ich sein hoffe ich ja ich bin richtig okay darf ich kurz mit haben hast jetzt den Fisch genommen worden der? ja ich weiß wie der Fisch sie dann ja weil der gegen diese Fisch Armee ist gegen die Fisch Armee ich guck Tico im Moment voll gut auf brr 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 wie heißt Tico auf Fortnite? wie heißt der? Tico irgendwas warte warte ich guck hier ist irgendjemand mal Tico das Liste hast du Tico 1,3 irgendwas? nein 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 was heißt Tico weil der hat auch ein Wildnis gedrückt es legt es legt uuuh 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 schooschnecke wie gehts schooschnecke dach dach Ok, ich hab nichts. Ich hab diesen Bock. Nein, bitte, bitte, bitte lass mich. Ich bau dir Sophie frei. Ist so doof. Nein, nicht killen, nicht killen. Ich warte nur auf den Loop von anderen Leuten. Ich lade nur von den Loop. Ey, Sophie, das ist so nacker, ey. Du bist so n Box. Ey, komm. Aber du warst echt gut. Ich hab dir ja nur die Laser gegeben. Wenn der Laser nicht wäre, dann hätte ich mich gekillt. Mann, wieso krieg ich hier diesen Bug, ey? Was fuck du liebe ich? Leute, ich hab keine Wachthöhlen. Mann, Mann. Ja, ich hab keine Mets, keine Waffe, gar nicht. Ich hab nur Mets. Okay, dann lass alle PX-Duell machen. Ja, ich hab nicht, Mann, ich hab keine Mets. Ja, ich hab keine Mets. Ja, ich hab keine Mets. Nein, ich hab keine Mets mit meinem Fisch geworfen. Mein Fisch, mein All und Alles. Mit dem will ich niemals handeln, ey. Oh, Hacker. So n Hacker. Ja, du redest nicht. Wie kann man Spaß beim Zocken haben, wenn man nicht redet? Ist so komisch. Fuck, ich bin so schlau, weißt du? Äh. Aha. Ich rede nie beim Zocken, nigga. Was ist das? Wenn ich ne Runde bin, ich red fast nie. Ich rede immer, das nervt. Wenn du redest, dann nervt das doch nicht, oder? Gönn mir, gönn mir. Gönn mir, bitte. Nee, ich gönn mir, bitte. Ich gönn dir nix, Digger. Oi, goi. I'm back. Warten wir auf dich, Manni. Kappa. Aua. Ja, komm, bitte. Ey, jetzt hab ich nix. Ja, komm. Arbeiten? Ah, ja. Ja, direkt das Life, ey. Se, ey, ich kann mich jetzt... Ha, das Life mir noch losgehen, war. Danke dafür. Danke für den Dislike. Okay, ich like größer. Ich hab mir liked. Ja, weil der mich hasst deshalb nicht. Du magst alle Leute, die mich hassen. Aller magst du nicht. Helene. Alter Schwede. Sof, ey, Luca, soll ich dir mal was sagen? Ah, nee, das erzähl ich lieber nicht. Äh. Wenner? Ne, natürlich. Wenner hat schon wieder den Bug. Wenn du das machst, Sophie, ich komm ins Zimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gönn. Gönn. Gönn, du Pisskopf. Gönn. Du bist so ein... Ey, das will doch nicht ab 18 werden, bitte. Behinderte. Wie bist du Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet? Okay, hab zwölf, Digga. Aber ich schwitze grad um mein Leben. Du, du gönnst nicht mal. Das ist nicht schwitzen, das ist einfach... Das ist immer lächerliches Verhalten, weil du mir nicht mal die Chance gibst, eine Waffe zu haben. Äh. Wieso? Das juckt mich nicht. Nö. Okay. Lärf mich nicht. Gönn dir doch, Helena. Ja, ich gönn dir auch. Ja, gönn dir einfach. Gönn dir. Gönn dir. Ja, ist toll. Jetzt hab ich wieder keine Metz mehr, weil jetzt nur drei Metz lang war's. Ich bekomme... Ich hab dir doch schon gegönnt, also... Ja, und wenn ich beide gönne, dann kann ich auch schlafen. Komm, Helena, ich gönn dir. Alter, komm, nee. Bock nicht. Ich hab jetzt nur meine Panik. Ja, ich zock nie wieder mit euch. Tschüss. Ja, ich kann nicht editieren. Ich kann nicht editieren. Die will mir ihre Waffen geben. Der andere kommt von einem Ritten, kennt mich einfach. Und dann will er noch eins zu spielen. Hä? Habe ich nicht gesagt, dass du das sagen musst. Ja, nee, ich verlass. Schliesslich hab ich noch nicht aus der Stuhl. Haha, okay. Digga, what the fuck. What the fuck. Äh, wollen wir dann gleich ein bisschen durchspielen? Äh, warte mal. Bruh. Oh, Mann. Wär schön gewesen. Wow. Halt ein Laser ist von einem anderen Universum aber wahr. Ich bin auf der, der aufgewachsen ist. Nee, ich nicht. Ja, deswegen bist du auch so gut wie du nicht. Nee, ich bin nicht gut, Digga. Mon Cry ist gut. Oh. Huh. Ich bin Harry Potter. Aber seine Tochter. Bruder. Äh. Tut einfach weh. Warte mal, ich muss mal kurz was austesten. Schade. Och, Mann. Ihr wisst, wir sind heute Tage alle krank. wegen Corona. Was machen wir? Ja. Das hat mich verbessert, oder? Ja. Ich schwöre, du hast dich komplett verbessert. Aber Helena, Digga, das... Das ist der andere Universum. Helena ist halt ein anderer verlegt als ich. Ich bin so ein bisschen schwächer. Du hast halt nur ein gutes Save. Ja, du hast eben hab' ich. Der kann gut bauen. So ne ist das. Du lässt mich hielen? Warum? Ich möchte mich auch hielen. Okay. Aber ich lass dich ja nicht hielen. Aber ich bin die Laser-Königin. Das sei denn, ich wär' das, wenn man Kalei sagt, dann kommt er von meinen gleichen Kliniken, aber wir haben Krieg. Krieg. Also... Also... Ja... Okay, du bist low. Ja, aber du auch. Hm. Pfff! 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 Okay, jetzt bin ich aber warm gespielt. Pfff! Sollen wir mal mit Fadenkreuz spielen wieder? Oha, stimmt! Ja, lass' machen. Oha, ich fühl mich grad schon wieder ein bisschen wohler. Äh... Ich bin trotzdem Loob, Digga. Ich bin grad genauso wie Fadenkreuz. Pff! Pff! Also... Oha, ich hab dich in der Luft und seitenspielen. So... Soll ich vorne nicht löschen? Nein. Ich bin nicht. Digga, ich glaub' ich bin... Alter Schwede. Wollen wir... Wollen wir normale Runden zocken? Ähm... Ich glaub' gleich mach' ich sogar streben raus. Nein! Ich hab's verletzt. Oha... Wollen wir mal's? Es wird... Es wird... Wollen wir mal' weg... Und wir müssen mal' weg! Es wird... oh mein gott kann es vergessen das war es auch mit dem stream und